Hier unten irgendwo, meine ich, ein großes Steinfeld angeschlossen. Oh shit! Ja, wir hatten hier ein großes Steinfeld angeschlossen. Was aber der ist. Oh, hell. Steine. Das da oben war noch Steine. Na gut, da ist noch ordentlich was drin. Oh, das war der falsche, den ich abgebaut hatte. So, der läuft noch. Der ist leer. Ah, hier ist schon einiges passiert. Die haben noch, die können wir nicht ausladen. Der ist aber... Ich sehe meine Maus gar nicht mehr. So, dann mal wieder schnell weg hier unten. So, aber jetzt der Steinfeld hier vorne auch schon hier. Und hier ist alles voll. Staut sich das? Ne, staut sich. Zumindest hier zum Glück noch nicht. Müssen wir aber auf die Seite auf jeden Fall auch noch umbauen. Das werden wir gleich machen. Aber ich glaube, ich glaube, ich laufe jetzt erstmal lieber zu Fuß mal ganz schnell zum Steinfeld. Und ja... Ah, das ist auf jeden Fall deutlich schneller. So, weil hier war jetzt noch irgendwo ein Steinfeld. Geil. Ich bin begeistert. Das ist auch schon komplett weg. Ich bin begeistert. Okay. Genau. Okay. Ich bin begeistert. so und da neue steine dann kommt jetzt noch mal die schmelze dran wo jetzt schon wieder auch da hinten nach macht was er wollte 1 Zahnräder da hat es mich aber fast zerlegt so von dort nach dort von dort nach dort nach dort nach dort die muss auch noch mal weg so so die dort rein oh ne das war egal der hätte hier ruhig bleiben können so dort 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 und nach dort das Raketen-Sizo ist beendet und das da nein das hier brauchen wir und jetzt gehen wir hier auch zweitleisig durch so das sollte sich das Wand jetzt leeren dass das hier nicht mehr so dick voll ankommt das sieht gut aus aber trotzdem ist es noch deutlich dicker als hier oh shit der hat keine Verbindung mehr fertig fertig da fehlt noch eins da überall Produktion pro Minute 4 äh pro 10 Minuten 4.000 gib du noch mal eins her sicherlich fliebe da drin 4.1 4.4 das reicht bei voller Produktion immer noch nicht 5.1 das heißt uns fehlen jetzt immer noch pro Minute 400 platten ich weiß nicht ob wir das da noch rausholen können ich meine gut mittlerweile sieht sie hier ich bin so ein trottel man sollte vielleicht erst mal eine sache zu ende bauen die kisten sind einfach mal brechend voll bist du ein kufferplattenzug? ne sonst wäre es nicht gerade auch durchgefahren eisenplatten eisenplatten überall werden nur eisenplatten abgeholt wo sind die ganz anderen züge? gut wir müssen uns irgendwie da drüben um die kreuze kümmern ist das einfach so möglich hier einfach mal um die gerade ausfahrspur einzurichten keine ahnung was ich jetzt natürlich viel mehr brauchen würde wäre schienen leute schienen die nicht erst mal zwei kurven los komm schon danke ich würde jetzt mal gerne gucken ob das nicht technisch funktioniert das war jetzt hier wirklich mal so gucken wir mal ob das hier funktioniert hier vor den signalen einfach nur hier mal einfach nur hier mal einen simplen abzug rein zu machen ob der genutzt wird so und dann so und dann so und dann hier gerade aussprungen zu richten schienen leute schienen die wir natürlich auch erstmal absichern müssen meine frage ist jetzt wieso zum geil fährst du jetzt an dem block hier nicht vorbei weil der hier nicht gesperrt ist da müssen sie hin huah okay kacke bo rental wieder hold w w w w w w w w So und die Signalbilde können wir jetzt mit den hier abgesperrt werden. Jetzt bin ich mal gespannt, aber warum weiß ich hier unten mehr genommen habe. Die dürfen dort nicht stehen, du machst mal kurz Pause und die hier auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Überholt worden. Ah, jetzt können auch die 2SW gleichzeitig reinfahren. Die Long-Lock-Signale waren falsch. Oder vielleicht waren die noch richtig. Das ist richtig. Vielen Dank. Warte mal, wenn die da reinkommen sollten, das Signal sollte weg. Warte mal, wenn ich das jetzt auch noch wegnehme. Dann weiß wahrscheinlich keiner mehr, was er machen soll. Du fährst durch. Du fährst durch. Wir sollten diese beiden wirklich noch voneinander trennen. Vielleicht sogar auch so. Jetzt habe ich das gleiche Spiel in grün. Du fährst runter. Okay, du nimmst jetzt die Abkürzung da lang. Wenn dich interessiert gar nichts, du fährst einfach durch. Also das mit dem Abzweigleister drüben funktioniert schon mal. Wieso darf der jetzt nicht fahren? Weil der sich das gleiche schon reserviert hat und durchknallt oder was? Nee. Der Block ist gelb. Alter, ich verstehe das nicht. Beide hier sind grün. Wir müssen hier jetzt doch wieder Signale hin. Anscheinend. Nächste Forschung. Hä? Hä? Gut. Mit dem Problem lassen wir uns jetzt einfach hier mal so stehen. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.